Es haben mich tatsächlich viele gefragt, was das denn hier wohl ist, das Rote, was ich da so am Kopf dran habe. Ja, ich habe es in der Heise-Show getragen, ich habe es in Apfelfunk am Hörer getragen. Ihr habt auch gezeigt, dass ihr durchaus Talent habt als Comedians, also so viele Scherze, wie ich da bekommen habe, habe ich auch lange nicht gesehen. Aber heute will ich das Rätsel mal auflösen. Es handelt sich hierbei um Knochenschall-Kopfhörer und zwar von der Marke Sunto. Die durfte ich jetzt einige Weile mal testen und in diesem Video möchte ich euch mal so ein bisschen darüber berichten, was so meine Eindrücke sind. Nun, ich bin schon lange neugierig gewesen auf diese Technik. Ich habe immer wieder davon gelesen, dass ja auch Open-Ear gerade so ein großer Trend ist und dass eben diese Knochenschall-Kopfhörer ja einige Vorteile haben sollen, aber andererseits eben auch einige Nachteile und ich habe mich gefragt, ja wie ist denn das in der Realität? Wie ist das tatsächlich? Und sprechen wir kurz über Sunto. Das ist ein Unternehmen, was eine sehr lange Tradition hat in Finnland, unter anderem mit Uhren. Die sind vor ein paar Jahren gekauft worden von einem chinesischen Investor und man merkt auch, dass der Schwerpunkt jetzt ein bisschen in China liegt, aber trotzdem das finnische Erbe immer noch aufrechterhalten wird. Die haben mir halt freundlicherweise mal zwei Kopfhörer ausgeliehen. Das eine ist der Sunto Wink hier in Lava Rot, den ich hier aufhabe. Ich zeige ihn euch mal hier kurz in die Kamera. Und das ist zum anderen der Sunto Sonic. Das ist der hier in der Farbe Lime. Ja, sehr gut sichtbar. Da werdet ihr draußen gesehen auf der Straße, wenn ihr den tragt. In der Packung sind auch noch weitere Sachen. Zum Beispiel beim Wink ist dann noch eine Tasche mit dabei, beim Sonic auch. Ladekabel natürlich. Leider mit USB-A Anschluss. Beim Wink eine Powerbank und Ohrstöpsel. Aber wir sprechen da gleich nochmal einzeln drüber, was es dann mit auf sich hat. Nun, Knochenschall-Kopfhörer. Was soll das Ganze überhaupt? Der Vorteil ist Open-Ear. Das heißt, diejenigen von euch, die häufig jetzt irgendwie mit Kopfhörern was hören sein, es sind jetzt irgendwie Kopfhörer, die man jetzt auf die Ohren setzt. Oder noch stärker, wenn man In-Ears benutzt. Die merken gerade im Sommer dieses Thema mit, man schwitzt ja auch so ein bisschen damit und überhaupt ständig die Ohren dann zu. Und Lautstärke ist ja auch noch so ein Thema, wenn man die nicht so ganz richtig eingestellt hat. Kann zu laut sein, kann dem Ohr ja auch nicht gut tun. Und Open-Ear ist halt dann, der hat den großen Vorteil, dass eben, dass die Lautstärke von außen sozusagen, also dass das Ohr, der Gehörgang frei ist. Und ja, das hat natürlich nicht nur medizinisch oder gesundheitlich gewisse Vorteile, wenn man sie richtig anwendet, sondern es ist eben auch so, dass man draußen besser Umgebungsgeräusche wahrnehmen soll. Dass man eben, wenn jetzt gerade jetzt im Bereich Sport jemand hupt oder man irgendwie andere Verkehrsteilnehmer hat, dass man nicht so völlig jetzt dann abgekoppelt ist von der Realität. Erst recht, wenn man dann noch Noise-Canceling dann eingeschaltet hat. Wobei ich muss tatsächlich sagen, das nehme ich mal vorweg, dass ich mich mit diesen Kopfhörern abgeschirmter gefühlt habe, als ich ursprünglich dachte. Also wenn ich zum Beispiel aus nächster Nähe angesprochen wurde, musste ich die Wiedergabe jeweils pausieren. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt ein Gespräch führen kann, während die Wiedergabe läuft, sondern die Wiedergabe ist dann, ja, der Ton ist schon so laut, dass man dann eben doch sehr fokussiert darauf ist. Die Sunto Wings sind auch wasserfest nach IP67, was es damit auf sich hat, dazu später mehr. Und sie sind sehr stabil und elastisch und damit dann bestens für den Sport geeignet. Also viele Sportler wertschätzen das. Ja, was ist denn überhaupt Knochenschall? Knochenschall, was hat es damit auf sich? Nun, Knochenschall, Kopfhörer, die umgehen gewissermaßen den Gehörgang und das Trommelfell. Und stattdessen machen die das so, dass diese Technologie, die Tonsignale in Form von Vibrationen, das geht dann über diese Teile hier da draußen, direkt auf die Schädelknochen gehen. Und diese Vibrationen, die gehen dann über den Knochen in Richtung des Innenohres. Dort werden sie dann gehört, gewissermaßen, werden dort als Schall wahrgenommen. Und ja, das hat natürlich dann den großen Vorteil, dass wenn man zum Beispiel auch den Gehörgang in irgendeiner Art und Weise jetzt dann verstopft hat, was ja auch durchaus mal sein kann, irgendwelche Probleme damit hat, dass man dann eben auch eine Möglichkeit, eine Technik hat, das dann zu umgehen und vielleicht dann eben doch zu hören. Aber eine große Frage, die ich vernommen habe und die mich natürlich auch selber interessiert hat, ist die, wie ist denn das eigentlich mit Brillenträgern? Wenn ich jetzt so eine Technik habe, die jetzt eng am Kopf anliegt, die jetzt dann auch gerade so im Bereich der Ohren, wo die Brille dann auch da aufliegt, dann eben dann da anliegt, ist das ein Problem? Funktioniert denn das überhaupt? Und ja, es geht. Es geht tatsächlich. Man soll das sogar mit Fahrradhelmen und so weiter problemlos nutzen können. Also ich muss schon manchmal schauen mit der Reihenfolge von Brille und Kopfhörern. Die beste Reihenfolge ist eigentlich die Kopfhörer und darauf die Brille, die Brillenbügel, weil dadurch kommt die Brille nicht dazwischen und hält dann eben die Kopfhörer nicht davon ab, dass sie an dem Kopf dann eng anliegen. Was zu der Frage führt, wie ist denn das Tragegefühl? Ich muss sagen, recht angenehm. Also vor allem im Hinterkopf merkt man die ja gar nicht, weil sie da ja abstehen. Man muss trotzdem aber keine Angst haben, dass sie runterfallen. Sie sind da ja ziemlich fest eben auf den Ohren und dieses Klammern, also anders als jetzt zum Beispiel in ihr Kopfhörer, wo man ja durchaus mal, ja, je nach Beschaffenheit denken könnte, die fallen jetzt mal raus und weg sind sie, habe ich dieses Gefühl bei diesen Kopfhörern nie gehabt. Insofern ja schon nachvollziehbar, dass Sportler sie wertschätzen. Oben an den Ohren liegen sie schon recht spürbar auf. Also da ist ja nun die Hauptsache des Gewichts und sie pressen naturgemäß leicht gegen die Schläfen, ohne allerdings unangenehm zu sein. Aber man merkt es schon. Also es ist jetzt nicht so, dass man ein Druckgefühl hat, dass man sie nicht mehr tragen mag. Aber es ist natürlich schon so, dadurch, dass eben dieser Kunststoff dann eben aufliegt, schwitzt man dann schon auch nach einer Weile des Gebrauchs. Und wenn man sie dann abnimmt, dann fühlt sich das doch recht, ja, relaxend an. Aber es ist in keiner Weise jetzt so, dass es ein unangenehmes Tragegefühl gibt. Wobei natürlich dann, wie so oft, ich weiß ja schon von In-Ears, auch da habe ich mal wieder Zuschriften bekommen, dass es eben viele Menschen gibt, die das eben so, dieses Gefühl, das in den Ohren zu haben, nicht mögen, dass es drückt, dass es wehtut. Kann natürlich auch hiermit passieren, weil jede Technik, die irgendwo sich Halt sucht, ja, trifft dann auf entsprechende Empfindlichkeiten, die möglicherweise bestehen. Der zweite wichtige Punkt neben dem Tragen und dem Aussehen ist natürlich zuallererst mal das Hören. Wie ist denn das Ganze überhaupt? Das war ja auch die zentrale Frage, die ich mir gestellt habe. Und tatsächlich habe ich gelesen, dass in Rezensionen, dass diese Kopfhörer ja total bassarm sein sollen. Und ja, dass man da eigentlich nur Sprache mitmachen kann und gar nicht Musik. Da war ich natürlich neugierig, ist das wirklich so? Interessanterweise, ich finde sie gar nicht vom Ton her so flach wie gedacht. Nun muss ich dazu sagen, dass ich jetzt auch nicht jetzt totaler Bass-Fan bin. Also ich höre sowieso ganz gerne mit ein bisschen weniger Bass. Und ich glaube, ich bin auch recht begnügsam, was Ton angeht, solange er gut verständlich ist. Also ich gebe den Rezensenten grundsätzlich schon recht, die Kopfhörer sind jetzt nicht Bombe für Musik. Das ist natürlich ganz klar, die halten da nicht mit AirPods mit oder jetzt mit AirPods Max gar. Aber für Sprache zum Beispiel, Podcast-Hörer sind sie exzellent geeignet. Oder wenn ihr euch zum Beispiel aus Audiotheken etwas dann da runterlädt, super. Wie gesagt, der Bass. Der Bass ist so ein bisschen das Problem, wobei es dann doch eben schon auch ein bisschen Bass gibt. Man möchte aber gar nicht so viel haben, weil dann tatsächlich auch schnell der Effekt eintritt, dass nämlich die Vibrationen sehr stark werden. Und bei bestimmten Stimmen ist es auch zum Beispiel so, dass es richtig rüttelt, wenn man sie zu laut hört. Also so gesehen sucht der Träger eigentlich schon auch nach Sachen, die bassarm sind und die jetzt nicht so auf seine Knochen hämmern. Mithören ist tatsächlich auch etwas möglich. Das war auch eine spannende Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe gedacht, wenn das über die Knochen geht mit Vibrationen, dann hört doch das Umfeld wahrscheinlich gar nichts davon. Nein, ist tatsächlich nicht so. Ich habe meine umstehenden Leute alle gelöchert und gefragt, hey, hört man denn was? Und ja, man hört es bei höheren Lautstärken schon durchaus, dass es da eine Wiedergabe gibt. Die Verständlichkeit ist dann unterschiedlich stark gegeben, aber es ist auch schon bei manchen Inhalten möglich, dass eben das Umfeld da was mithört. Aber es ist sehr leise. Es ist jetzt nicht so, dass es da rausbrüllt aus eurem Gehörgang oder sonst wie. Aber wahrscheinlich diese Vibrationen mit dem Resonanzkörper eures Kopfes sorgen dafür, dass das Ganze dann eben doch auch dann leicht vernehmbar ist, wenn ihr es ziemlich laut einstellt. Ein Punkt, der natürlich hier in der Nordsee greift, sind höhere Windstärken. Da soll es dann durchaus mal Probleme geben. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Glücklicherweise war während der Testphase Sommer und es war gar nicht so windig in den Tagen. Der Hersteller sagt, bis 30 kmh gibt es so eine Art Anti-Wind-Noise, was dann eben diesen Wind-Effekt reduzieren soll. Aber ist ja völlig klar, wenn ihr die Ohren offen habt und die Wiedergabe dann eben da vorbei geht, ja, dann kann der Wind euch natürlich dann auch beeinträchtigen. Akkulaufzeit ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Wie lange kann man die nutzen? 10 Stunden gibt der Hersteller an und bei den Wink gibt es ja auch noch eine Powerbank, die dann 20 Stunden sozusagen portabel mitbringt, wo ihr dann zwischendurch aufladen könnt. Ich muss sagen, dass dieses Herstellerversprechen mit der Akkulaufzeit, das halten die ziemlich gut ein. Ich habe ja nun wirklich mehrere Livestreams gemacht und war jeweils gespannt oder habe gehofft, dass sie nicht währenddessen irgendwie schlapp machen und so. Nichts dergleichen. Kein Problem, das ging die ganze Zeit und es war immer noch sehr viel Restkapazität. Ihr verbindet übrigens über Bluetooth, ist relativ klar, wir haben ja hier kein Kabel dran. Also per Bluetooth verbindet ihr die zum Beispiel mit eurem Mac oder eben mit euren mobilen Geräten wie Smartphone und Tablet. Das geht auch relativ einfach. Ihr habt dann eine Power-Taste hier an der Seite und wenn ihr die ganz lange drückt, dann geht er in den Connect-Modus und dann könnt ihr Bluetooth verbinden. Das ist insofern von Bedeutung, weil ihr natürlich nicht den Komfort der AirPods habt von Apple, die automatisch hin und her wechseln. Man kann zwar zwei Geräte fest oder gleichzeitig verbinden, aber wenn man jetzt wie ich dann so einen Gerätepack hat, dass man eben zwischen Mac, Tablet und iPhone hin und her wechselt, dann muss man doch hin und wieder mal eben neu connecten. Das geht aber relativ easy. Es gibt sogar eine eigene App, die eigentlich eher so in den Health-Bereich geht für andere Produkte von Suunto. Da gibt es aber auch einen Einstellungsbereich für diese Kopfhörer. Da kann man dann zum Beispiel die LEDs einstellen, über die wir gleich noch sprechen werden. Und man kann Kopfbewegungen zur Steuerung benutzen, was mir persönlich etwas zu riskant ist, weil ich Sorge habe, dass es da Missverständnisse gibt. Aber man kann eben auf diese Weise, wenn man den Kopf hoch und runter, links, rechts macht, dann Anrufe annehmen. Man kann dann auch zum Beispiel den Song wechseln. Ja, ist ganz nützlich und es ist glücklicherweise eine Option. Es gibt hier an der rechten Seite dann zwei Knöpfe an der Unterseite hier, über die man dann einerseits hier vorne, die dann eben das einschaltet und auch laut stellen kann, wenn man hört. Und dann hier eine leise Taste, sodass man eben dann während der Wiedergabe dann hinterm Ohr so ein bisschen da schalten und walten kann. Im ersten Moment hat mich das so ein bisschen irritiert mit der Reihenfolge der Buttons. Ich bin dann immer mal beim Hinteren gelandet, das ist dann der Vordere zum Einschalten. Aber im Großen und Ganzen ist das Ganze doch relativ klar. Ja, und ihr habt vorne, habt ihr hier einen Multifunktionsknopf, über den könnt ihr die Wiedergabe stoppen und starten. Und könnt dann auch zum Beispiel durch mehrfaches Drücken weitere Aktionen dann da auslösen. Sprechen wir über die Powerbank, die ich auch sehr bemerkenswert finde und sehr nützlich. Das ist dieses dreieckige Teil, von dem ich erst dachte, es wäre einfach nur eine Ladevorrichtung. Und erfreulicherweise hat sie auch USB-C im Gegensatz jetzt zu dem Ladekabel, was dabei ist, was ja mit USB-A ist und so eine Sonderstärke hat. Und dann ist ja auch so eine Klammer noch da drüber, sodass man, wenn man die jetzt hier rein macht, ich kann das ja mal eben demonstrieren, so mache ich die jetzt hier rein. Und dann kann ich diese Klammer dann da drüber legen. Ich mache das mal jetzt mal nicht, weil ich euch was zeigen möchte. Ich möchte euch nämlich gerne zeigen, wie das Ganze dann hier aussieht, dass hier dann da auch so die LEDs eine Ladeanzeige sind. Und hier ist dann auch manchmal noch eine Ladeanzeige von der Powerbank selber. Ja, ihr könnt damit mit dem Ding, könnt ihr das dann wunderbar transportieren. Und ihr habt da eben noch so ein bisschen, so wie bei dem Airpods Case unterwegs, halt so eine mobile Lademöglichkeit, sodass man eben tatsächlich die Reichweite verlängern kann, ohne eine Steckdose in der Nähe zu haben. Was ja gerade für Outdoor-Aktivitäten dann toll ist. Wie gesagt, Vorteil ist auch USB-C-Anschluss, was mir sehr sympathisch ist. Und dann sprechen wir, und wir haben sie gerade ja schon im Bild gesehen, über die LEDs, die da drin sind. Ich schalte jetzt mal hier mal ein die. So, wenn ich jetzt hier, kann man das glaube ich sehen. Genau, es gibt dann verschiedene Modi. Blinkend. Ja, was soll das Ganze mit dem Geblinkel, der Hintergrund ist der, dass man auf diese Weise halt dann auf sich aufmerksam machen kann. Also für Radfahrer und Sportler ist das ja zum Beispiel eine schöne Sache. Wobei ich sagen muss, die Position hinter dem Kopf, hinterm Ohr ist dann nicht unbedingt so super sichtbar. Also von hinten natürlich schon so ein bisschen, aber ich würde sagen, es ist ergänzend zu anderen Maßnahmen, die man ergreifen kann, sicherlich nützlich. Aber nicht der alleinige Grund, warum man jetzt dann diese Wink kaufen sollte. Sprechen wir über die Sonic, die ich hier in dieser sehr bunten Variante, die gibt es aber auch im dezenten Schwarz, bekommen habe. Das ist die günstigere Variante, die kosten 149 statt 199 Euro, sind ansonsten relativ ähnlich beschaffen. Auch 10 Stunden Laufzeit, 32 Gramm statt 33 Gramm Gewicht. Und sie sind allerdings nur wasserfest nach IP55. Also im Gegensatz zu IP67 bei den Wings heißt das, dass sie nicht völlig staubdicht sind und nur gegen Strahlwasser dann eben geschützt sind. Die Wings sind staubdicht und man kann sie sogar untertauchen, was je nach Aktivität dann eben ja ganz nützlich sein kann. Sie haben auch keine Powerbank dabei, sie haben keine Kopfsteuerung und sie haben keine LED-Lichter, wobei ich letztgenannte für verzichtbar halte. Ja, der Hersteller sagt, drei Stunden Spielzeit bekommt man, wenn man fünf Minuten aufgeladen hat. Also wenn sie mal leise oder wenn sie mal dann leer sind, ist es kein Problem, wenn man das Ladekabel dabei hat, relativ schnell wieder Laufzeit drauf zu kriegen, auch wenn man keine Powerbank hat. Und es reicht ja sogar eine Stunde für die volle Ladung, heißt es. Also sehr erfreulich. Tatsächlich ist es aber eine schwierige Entscheidung. Das ist so Preisbewusstsein gegen eben das, was man dazu bekommt. Und dieser 50 Euro Unterschied, ich persönlich würde tatsächlich eher zu den Wings tendieren, weil man da ja doch einiges mehr dann auch bekommt, was einen dann auf lange Sicht, glaube ich, erfreut. Ja, da sind wir auch schon beim Fazit. In Sportlerkreisen sind die Suunto Kopfhörer ja offenbar sehr beliebt, wie ich gesehen habe. Ich habe eigentlich fast nichts Negatives gesehen. Für mich sind sie auch definitiv auf meine Einkaufsliste gerutscht, auch wenn das mit dem Sport durchaus ausbaufähig ist. Einfach, weil ich sehr viel Kopfhörer verwende und ja, meine Ohren werden es mir danken, wenn ich dann eben auch mal Open-Ear-mäßig unterwegs bin. Da fallen mir schon ein paar Einsatzzwecke ein. Der Ton ist nicht erst Liga geeignet. Also deshalb, die AirPods Pro und AirPods Max sind weiter meine erste Wahl bei vielen Sachen, aber zum Beispiel zum Podcast hören unterwegs oder eben dann so auch in der Wohnung, dann, wenn man eben nicht möchte, dass man ständig was in den Ohren hat, sind die Suunto ganz super, gefallen mir sehr, sehr gut und haben sich bei mir auch schnell ihren Platz erobert. Und preislich sind sie auf der Höhe des Wettbewerbs. Laut Hersteller können sie hier und da sogar ein bisschen mehr, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist das eigentlich alles so auf Augenhöhe. Also wenn ihr auch bei Shocks oder bei anderen mal guckt, ähnliches Preisniveau, kein besonderer Deal, aber auch nicht schlecht. Und ich tendiere, wie gesagt, zu den Suunto Wink, weil für mich persönlich das geschnürte Paket einfach besser ist. Ja, Geheimnis gelüftet. Jetzt wisst ihr, was es damit auf sich hat mit den Dingern. Ihr werdet die vielleicht noch häufiger bei mir sehen, besonders im Sommer. Wenn ich hier lange Livestreams mache. Welche Hörer nutzt ihr denn eigentlich oder interessiert euch diese Knochenschalltechnik? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Schreibt mir mal über eure Erfahrungen darüber und das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich freue mich wie immer über Likes und Abos, denn Abos sind die Währung, die diesen Kanal am Laufen hat. Und ihr verpasst kein Video, kostet ja auch nichts. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gebt ja in nächster Zeit wieder einiges. Tschüss von der Nordsee.